Gesund und wenn es nicht gleich glückt, na und, das ist ein Grund, dass man's noch einmal probiert, dass die Macke geschmiert, hoch der Humor und jetzt alle im Vor. Achtung, Schnuppi! Spiel doch mal verrückt, das ist jetzt so, wenn gleich der Schall uns drückt und zwickt, dann geht es rund. Wir zeigen euch nun den Zeichentrick, unseren weichen Tick, scheint euch was sonderbar, es ist nicht alles wahr. Wahrheit und Sprinderei, wie dem auch sei. Jetzt wollen wir lachen und blüten machen, Jungsbrei!